Yo, Servus Leute! Herzlich Willkommen hier zu diesem kleinen Vlog mal wieder. Ja, keine Sorge, heute ist es nicht mal so gespenst geschnitten. Yo, würde mal sagen, sehen wir uns nach dem Cut. Yo, auf jeden Fall bin ich gerade auf dem Weg. Wieder zum Herzfeld-Tender muss was holen, weil ich streame in gute 2 Stunden. Ob ich an dem Tag streame, wo es rauskommt, also der Vlog jetzt hier, weiß nicht. Aber auf jeden Fall, zu offener Zeitpunkt jetzt, streame ich in 2 Stunden. Ja, deswegen muss ich halt schon was holen. Ist eigentlich ein bisschen irrelevant, was zu sagen. Gut, ich würde sagen, sehen wir uns nach dem Cut. Yo Leute, ich bin schon ein bisschen weiter. Ich fang beim Buskei, bisschen gerannt. Gerannt, genau, gejoggt, gelaufen, gerannt, wie auch immer. Ich fang beim Auto. Vielleicht treffe ich auch noch meine Freunde kurz, kann auch sein. Ist alles möglich. Ja sehr, sehen wir uns gleich. Yo, auf jeden Fall bin ich schon ein bisschen weiter gekommen. Das ist einfach voll kalt die Luft. Ich kann Kälte überhaupt nicht aufstehen deswegen. Yo. Guck mal, ein Auto. Nee. Oh, Alter, fuck. Voll dunkel hier, Junge. Da haben die schon die ganze, den ganzen Gerik haben die da schon rausgerissen, Alter. Ja. Gut, Leute, ich würde mal sagen, sehen wir uns nach dem Cut. So. Das richtige Spenstisch hier, Alter. Ja gut, aber ich habe ja euch. Ich habe gerade keine Angst. Alter Schwede. Richtig dunkel hier. Und auch noch Krankenwagen. WTF, was da los, Junge. Guck mal, ach so, Baustelle. Junge. Was ist das hier, Alter? Alter, voll viel Wasser fritzen, Alter. Jetzt wäre noch ein Auto vorbei, nice. Würden wir sagen, sehen wir uns gleich. Auf jeden Fall hier, sind wir an einer Baustelle. Hier ist auf jeden Fall richtig schön Licht. Finden wir richtig geil. Und ja, würden wir sagen, läuft noch weiter mit uns hier hoch. Ja, kriegen wir hin, Alter. Das ist ja richtig gespenstisch, Alter. Vor allem noch in der Killer-Clown-Zeit. Aber ihr wisst ja, vom Killer-Clown habe ich keine Angst. Würde mich direkt weghauen, Alter. Alter Schwede, ist hier dunkel. Könnt ihr überhaupt irgendwas sehen? Ich hier gefunden. Es ist einfach so wenig Licht hier, auf jeden Fall. Also, echt heftig hier. Na ja, was soll man machen? Ja, Leute, bevor ich es am Ende vergiss, Wollt ihr euch fragen, ob ihr, also wie euch die Vlogs gefallen, dass ihr öfters vlogen werdet, ist wahrscheinlich möglich. Aber wenn ihr es nicht wollt, landen wir euch damit auf. Wenn ihr es überhaupt wollt, ich habe keine Ahnung. Schreibt es mal rein. Hier haben wir hier einen Spielplatz. Das ist ja wenig beleuchtender. Kann man so sagen, ich habe keine Ahnung. Hier haben wir hier ein Licht. Und meine Hände sind schon am frieren. Alter Schwede, macht der da Vati oder was? Ich habe keine Ahnung. Jote, ich weiß nicht, ob man uns schon erkennen kann, aber wir sind schon bald im Herzfeldcenter. Jo. Angelebt. Ja, auf jeden Fall. Nichts. Ich gehe jetzt in meinen Laden rein, hole mein Zeug. Was ich halt brauche. Was es sein wird? Verrate ich nicht. Nein, das sind keine Drogen. Das sind ja nur normale Sachen. Gegenstände eigentlich. Eyo, Leute. Ich will mal sagen, im Laden habe ich halt so los. Ich habe halt nicht so los, im Laden zu filmen. Deswegen, würde mal sagen, sehen wir uns nach dem Cut. Ich war jetzt drin, habe mein Zeug geholt. Es waren nur Batterien, ja nicht. Aber ich tue gerade irgendwie jeden Anlass nutzen für Vlogs, weil das für mich schon bockt. Weil ich mir auch da eigentlich gerne Mühe gebe, Ob es von eurer Seite mühevoll ist, könnt ihr selber entscheiden. Aber, ja. Okay. Auf jeden Fall. Ich habe jetzt schon nach Hause, dreht die Endkarten. Wir sehen uns gleich. Ja, Leute. Das war es jetzt zu diesem kleinen Vlog hier. Ja. Sorry, Leute. Ich habe vergessen, die Endcard zu drehen. Ja. Wird auf jeden Fall nicht mehr vorkommen. Hoffe ich zumindest. Ich hoffe, euch hat es gefallen, dieser Vlog. Ja. Kommt mir auch letzte Zeit gut bei euch an. Das freut mich auf jeden Fall. Und ja. Wünsche allen noch einen schönen Tag. Tschüss. 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 Tschüss.